Der D-Modell, das ist ein Ausstellungstag, wo Start-ups und junge Technologiefirmen ganz neue digitalen Innovationen nicht nur präsentieren, sondern auch erlebbar machen, anfassbar machen. Man kann das ausprobieren, man kann durchfühlen, man kann einfach in die Digitalisierung sich richtig reinfühlen. Hier ist Innovation zuhause, hier ist die digitale Transformation, gewissermaßen mit Händen zu greifen und tolle Sache. Also ich glaube für jedes Start-up, was irgendwie aus dem Technologiebereich kommt oder IoT oder VR oder was auch immer macht, ist diese Veranstaltung, der Digital Demo Day einfach eine Pflichtveranstaltung, wo man hingehen muss, weil hier so viele Start-ups sind und man sich einfach grandios vernetzen kann. Ich finde das Networking an sich sehr geil und dass man viele Start-ups hat, die verschiedene Sachen zeigen, die man dann persönlich direkt ausprobieren kann, was ich ganz wichtig finde. Und auch kurze Wege mit den Leuten direkt zu sprechen und die Ideen auszutauschen. Was ich toll fand, ist, dass so endlich der Nutzwert im Vordergrund steht. Es geht nicht mehr um Digitalisierung oder Digitalisierung wegen oder wegen toller Technik, sondern wirklich, dass ein echtes Problem gelöst wird. Sei es von industriellen Kunden, von privaten Kunden. Und das ist super, dass es mir im Mittelpunkt steht. Das ist echt gut gelaufen bis jetzt seit heute hier. Wir hatten sehr viel Spaß, die anderen Start-ups auch zu sehen, hatten sehr gute Konversationen mit unterschiedlichsten Unternehmen. Besonders gut hat uns das Speed-Dating-Call gefallen, was wir um 11 Uhr hatten, wo wir einfach unterschiedliche Unternehmen kennengelernt haben. Wir haben wahnsinnig interessante Gespräche geführt, viele Visitenkarten eingesammelt und auf jeden Fall Inspiration für die nächsten Jahre mitgenommen. Da sind aus einem legeren Gespräch direkt Produktideen rausgesprungen und direkt auch lustigerweise den Kunden dafür gefunden. Also das ging innerhalb von 10 Minuten. Zorn это sehr gut. Ich gem laurent euch, dass wir alle schauen. Verращ saliert euch wie knapp auf zu laser, auf der Linke undIEL. bis jetzt überhaupt das, um das ist eine cleaned少なfeeding zum argueben. Wir haben unglaublich höfischend, dass ihr die baraik dassismuschaft des Emêles öffnet sich einem wesentlich ger dr 광enzen von der политik, sondern wir haben viele Personenunuke durchzuf AA-Clap